Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen hier rein. Ich möchte es nicht tun, aber wir müssen. Ich befürchte, wir müssen. Und hier haben wir noch... Das ist auch irgendein Rätsel. Warte mal, im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf. Irgendwie sowas. Ha! Tatsache. Vielleicht können wir so raus, aus dem ganzen Spaß. Ich muss das Ding erstmal zur Seite schmeißen. Weg damit. Das Blut von Latanda können wir hier finden. Oh. Oh. Was hast du für ein Problem? Was ist das? Was ist das Herz? Was ist denn das Herz, das Herz? Was ist das Herz? Sie testen mich. Ein Geheimnis. Chilir hat mich vorbereitet. Nur die Teile des Teils sohren zu den Astral. Ja. Ja, ja. Ich kann es noch nicht bekommen. Ein beeindruckender Glaubensbeweis, ob er für eure Königin ausreicht. Ja, denk mal nach. Bin ich gerade dem Ganzen entkommen? Na, es ist an sich, wer ist noch da? Aber ich möchte jetzt eigentlich, dass... Wir fliehen einfach. Hey! Wir fliehen einfach. Ist das nicht abgefahren? Ist das eine Barriere mit einem Dings? Okay. Das sieht auch nicht so geil aus. Der Dämmerbrecher. Ich habe die Befürchtung, wenn wir da reinlaufen, tut das weh. Also schicken wir Astadion. Der soll das Ding entschärfen. Und zwar jetzt. Easy. Lockerflockig. Lockerflockig. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Liebe Erzählerin. Du weißt, dass das nicht geht. Du weißt, dass das nicht geht. Da haben wir nochmal dasselbe Dings. Oh, ich hoffe, das glückt uns alles. Sonst haben wir ein Problem. Jawoll. Ah, wie geht's jetzt weiter? So. Gute Frage, ne? Let's get going. Have to keep going. Here goes nothing. The morning Lord's wrath awaits heretic. Retreat whilst thou can. Nochmal. The morning Lord's wrath awaits heretic. Retreat whilst thou can. Ah, da unten. How delicious. Don't linger. Ich habe keine Ahnung, was das Blut von Latanda ist, aber... Wir schauen's uns an. No one back home will ever believe this. With haste. Binde das Blut von Latanda. Da. The blood of Latanda. As I barely live and hardly breathe. Hahaha. An ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace certainly has a very unusual design. Oh, mein quicksaf machen. You feel your patrons presence nearby. It hums with an unfamiliar anxiety. To take the god weapon to humiliate divinity would be satisfying. But it would risk disastrous ruin. Kann ich den irgendwo... Ich hab doch noch... Es hieß doch, äh, ich muss der Auserwählte sein. Bliblablub. Kann ich das irgendwo einsetzen? Ja komm, wir nehmen ihn einfach. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Ich würl gern wissen, kann ich den.. Den Role kann man so oft wiederholen. Jetzt. Ich nehm ihn. Ich nehm ihn. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Um. 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 Uh... Everything is in motion. All within these halls are doomed to destruction unless you act. Um... Help! Get me out of this thing before the whole building collapses! I'll get you out, but someone else needs to get us out of here. I have this thing! Warte, I have this thing! I... I... I just need to use it. Where is it? I... I have here that weapon. That must be in. Easy. Infusion. Haha, very nice. Geschafft. Alles gut. Alles prima. Alles super. Ah, hallelujah. Das, ähm... Ging gerade nochmal gut, ne? Warum ist hier nochmal so ein Teil? Geil. Oh, wir haben ein Level abbekommen. Geil. Ah, wir hätten es so wahrscheinlich auch entschärfen können. Indem wir draufgeballert hätten. Okay. So, mal kurz gucken. Was taugt die Waffe denn? Oh. Einmal pro langer Last erhältst du zwei bis zwölf Trefferpunkte zurück, wenn deine Trefferpunkte auf null verringert wurden. Verbündete innerhalb von neun Meter erhalten einmal pro langer Last. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir heilen uns doch eh voll. Latandas Licht spendet heiliges Licht in einem Radius von sechs Metern. Im Kampf sind Unholde und Untote, die sich im Licht befinden, blind. Und ein Sonnenstrahl. Hervorrufungszauber des sechsten Grades. Das ist doch was für Schattenherz. Ähm. Ach so. Jetzt dachte ich schon, hä, wieso wird die da ausgeportet? Ne, wird sie gar nicht. Alles gut. Der Hüter des Glaubens klingt gut. Wir nehmen den Hüter des Glaubens, oder? Ja. Jetzt kriegen wir alle Level-Ups. Okay. Schauerliche Anrufungen. Oh, ich hab doch gar keine Ahnung. Gegenzauber. Fluch. Ewarts schwarze Tentakel. Zerbersten. Zerbersten? Tier beherrschen. Plage. Plage. Und eine schauerliche Anrufung kriegen, wa? Ich muss mir das mal eben durchlesen. Okay. Oh, das klingt geil. Ich glaub, ich nehm das. Im schlimmsten Fall kostet's 100 Gold. Das ist dann auch kein Thema. Was haben wir hier bekommen? In drinnen. Cool. Das ist einfach, weißt du? Das mag ich. Überlegenheitswürfel 1. Cool. Was nehmen wir denn? Ich connector. Wood. Was nehmen wir? Hurtung. Was nehmen wir erst mal Grossart? was neben ihr? Damian? Was nehmen wir denn wir? Washington? paths aufgomишен? Ja? Was nehmen wir? Westen? Nehmen wir mal das hier. So, eigentlich wollte ich aber nur... Leuchtet schick. Wir haben es geschafft, ne? Nice. Aber hier kommen wir auch nicht raus. Ich wollte sie nicht so anstellen jetzt. Na gut. Oh, das Ding ist weg, oder? Ist das Ding weg? Es ist weg. Ne, es ist noch da. Verdammt. Das Ding weg. Bis zum nächsten Mal.